Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal, der Geilen-Mod von Skyrim. Und ähm, wir wollten ja wieder versuchen, die Sachen da oben zu holen. Wir müssen also an den Seelen- Ah! An den Seelenstein vorbei. Hier hoch und die Einzelnen den- Wieso sind die jetzt aus? Das ist komisch. Naja, egal. Wir sehen jetzt plötzlich die Seelensteine aus. Naja. Gut. Örlich, da kann man schotten. Da fehlt hier noch eins. Andererseits, ich weiß nicht, wie gut die sind, was die bringen. Ich werde hier auf jeden Fall... Hm. Los! Ich möchte doch nur einen neuen Spielstand speichern. Naja. Gut. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Dahin. Sehr wahrscheinlich. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal dahin. Ja, ähm... Wir gehen jetzt gerade um... fast zwölf Uhr auf. Und, ähm... Ich habe in der Zwischenzeit mal nochmal ein bisschen meine Wasserkunde getestet. Die... inzwischen ziemlich, ziemlich... Also, ich finde sie ziemlich geil. Die ist nicht so leistungsfähig wie die alte. Es darf hier aber um einiges leicht... äh... leiser. Und, ähm... Ja. Wie soll ich sagen? Ich arbeite trotzdem schnell. Ähm... Ich würde sagen, ich gehe mal da hoch. So. Ganz vorsichtig. Ja. Ja. Super. Welchen Weg musste ich gehen? Ich musste den Weg des Dunklen gehen? Okay. Das zweite Mal falle ich nicht darauf rein. Ah, 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 ah. Elf Groschen. Geil. Okay. Da habe ich jetzt mal elf Groschen bekommen. So. Hier bin ich gerade auf irgendeine Druckkirche. Okay. Aha. Okay. Das tat schon ziemlich weh. Aber ich weiß nicht, ob der... Der Schild, was abgehalten hat. Das Schild ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich würde den auch noch mal irgendwie, also die Verzauberung hätte ich gerne mal und würde die auf irgendwas entzaubern. Boah, ist das hell. Boah, das ist extrem hell hier drin. So, autosaving. Gut. Ah, guck mal. Da bist du ja. Fehlt nur noch Rauschebart. Hast du ihn irgendwo gesehen? Ja, aber... Warte mal. Hörst du das? Das ist seine Stimme. Er war schon vor uns da, hat aber nicht gewartet. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Nicht wirklich, nein. Komm, wir sehen uns das mal an. Mhm. Irgendwas ist wieder mit dem Sound-Scheiße. Ich werde das mal korrigieren, nachdem ich die Tour geknackt habe und gucke, was da drin ist. Und ich höre jetzt alles nur noch auf links. So. Schloss geknackt. Feichern. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, na super. Ja. Willkommen zurück. Die Sachen sind gefixt. Und wir können weiterladen. Was zum... Ähm... Hallo? 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 Höranem, Lohem, Sherat. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat mir alles gezeigt. Von sie. Der Tempel. Sie hat mich durch das Fenster der Zeit blicken lassen. Versteht ihr denn nicht? Ich habe es gesehen. Ich habe alles gesehen. Die Hohen. Das Licht. Das... Und zwar brannte Fleisch überall. Okay. Ja. Und sie sind bei uns hier. Hier und jetzt. Überall und immer. Wir können ihnen nicht entfliehen. Versteht ihr? Wir können nicht. Wir können nicht klar denken. Beruhigt euch. Nein! Bleibt fern von mir! Ihr versteht es nicht. Ihr könnt es nicht verstehen. Sie ist so traurig. So unendlich traurig. Und wütend. Weil wir die Augen verschließen. Weil wir die Augen verschließen anstatt zu sehen. Weil wir uns weigern zu begreifen. Was wollen wir nicht begreifen? Was wollen wir nicht begreifen? Dass wir es sind. Wir sind die Sünde. Versteht ihr? Und es gibt nur einen Weg, um es zu beenden. Was? Nein. Nein! Steck das weg. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn! Was wir tun, ist Wahnsinn! Das hier ist der einzige Weg, den Kreis zu durchbrechen! Ein Blick hat genügt, um zu verstehen, wie sehr sie leidet. Um zu wissen, dass es keine andere Lösung, als den endgültigen Tod gibt! Ihr werdet es irgendwann begreifen. Auch ihr Fleischlose. Und nun müssen wir sterben. Es ändert nicht viel, aber vielleicht macht es sie glücklicher. Nur ein kleines Stück glücklicher. Verzeiht mir. Was? Äh, ja. What? Okay. Gut. Machen wir das nochmal? Aber. Äh, nicht darin. Sondern Objekte. Ah, ich möchte gerne Tränke haben. Frostschutz. Schock. Okay. Ja. Kann ich nicht... Äh, habe ich irgendwas... Womit ich... Womit ich... Ja. Äh... ...des Lichttribunals... Wie kann ich denn jetzt gegen den... ...so extrem kämpfen? Warte. Warte, also... Objekte. Ich habe hier meinen... Der Zauberbrecher. Ein Block mit dem Schild... ... erhöht Mana um 15 Punkte. Das ist zu... Das ist zu... ...zu... Was zu... ...speichern. Hallo? Zu Yaranem Zorien... ...Veto... 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 Sie Yaranem Lohem Sherat. Sie hat mir... Sie hat mir alle... Sie! Der Tempel! Ja. Durch das Licht... Es... Es verbrennt uns. Von innen. Ich habe sie gesehen. Männer. Frauen. Kinder. Sie brennen wie die Sonne. So grell und... Warum hast du es mir gezeigt? Warum? Niemand sollte so etwas sehen müssen. Niemand. Ja. Und sie sind bei uns hier. Hier und jetzt. Überall und in... Jo. Speichern. Wir können ihnen nicht entfliehen. Versteht ihr? Wir können nicht. Mist. Ich muss noch mal kurz gucken. Magie. 67 Schaden. Äh... Mh... Ich muss noch mal kurz reden. Ich muss noch mal kurz reden. Ich muss noch kurz reden. Ich muss noch kurz reden. Ihr könnt nicht klar denken. Beruhigt euch. Dann kommen wir... Nein! Bleib fern von mir! Ihr versteht es nicht. Ihr könnt es nicht verstehen. Wir sind so traurig, so unendlich traurig und wütend, weil wir die Augen verschließen, anstatt zu sehen, weil wir uns weigern zu begreifen. Was wollen wir nicht begreifen? Dass wir es sind. Wir sind die Sünde, versteht ihr? Und es gibt nur einen Weg. Ja, ich beischere nochmal. Was? Nein, nein! Steck das weg. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Was wir tun, ist Wahnsinn. Das hier ist der einzige Weg, den Geist zu durchbrechen. Ein Glück hat genügt, um zu verstehen, wie sehr sie leidet. So, zum Anbrecher. Um zu wissen, dass es keine andere Lösung, als den endgültigen Tod gibt. Ihr werdet es irgendwann begreifen. Auch ihr Fleischlose. Und nun müssen wir sterben. Es ändert nicht viel, aber vielleicht macht es sie glücklicher. Nur ein kleines Stück glücklicher. Verzeiht mich. Verzeiht mich. O haben Sie sich hiermit? Oh. Was sind wir? Ihr seid mir習性amente blま מ- Oh ja. Hat er den Tempel gemeint? Wir müssen dem Orden davon erzählen. Jetzt lass uns weiter. Zumindest die Mission sollten wir beenden, das sind wir ihm schuldig. Oh ja. Äh, ja, natürlich. Komm, sehen wir uns nach einer Schaufel oder etwas Vergleichbarem um. Ich hätte den vorher plündern können. Und nun? Ah. Nein. Ja. Lass mich vorher noch speichern, ja? Der Kampf war heftig. So. Jetzt mal gucken, was jetzt kommt. Und. Vielen Dank.